Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Receiver. Mir ist tatsächlich der Festplattenspeicher im perfekten Zeitpunkt ausgegangen, dass das Video wunderschön geändert hat. Ich möchte leben. Also musst du sterben. Das selbe gilt für dich. Okay, ja, siehs tot. Das höre ich immer, wenn das Piep nicht nach einer gewissen Zeit kommt. Nein. Unterlasst euer Leben. Danke. Oh nein. Das ist ein Problem. Kommen wir jetzt erstmal mit dem Däner. Okay. Katzi. Reiß dich zusammen. Okay. Oh Gott. Fuck, Mann. Wieso habe ich den bei keinem der Schüsse getroffen, ey? So ein Müll. Ich bin unfähig, Allah. Ich höre da schon wieder eine. Äh, 4, R, 2, 3, R, 3, 4, Z, Ö. Durchladen. Ja, war jetzt natürlich wieder einer drin. Ö, Z. Oh ja, geht ja gar nicht. Moment. Z. Durchladen. E. Z. Z. Ö. 2, 2 und 3 damit. Zack. Und. Öh. Gut. Jetzt kann er wieder weitergehen hier. Nein. Ist mir einfach zu gefährlich, so ein Ding am Leben zu lassen, wenn das so in der Nähe ist. Das riskiere ich lieber nicht. Hm. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Oh. Nein. Ihr scheiß Meme-Drohnen, ey. Fucking Drohne, no joke. Da geht's aber hoch. Das hat, glaube ich, Relevanz. Dann gehe ich immer hoch. Ich höre eine... Da drüben ist ein Tape. Danke. Du hörst auf das erste Tape des Perpetuales Set. Nein. Dieses Set von Tape repräsentiert die größte Kritikste, damit die zukünftigen Menschen die Informationen haben, die sie nach der Mindkirche benötigen werden. Dieses Set wird genug zu hören und in ihrer Entdeckung spekuliert wurde, dass die Minimum-Techniken, die notwendig sind, um einen wachsichtigen Zustand zu erreichen. Ich würde mal hier reinladen. Zack. Zack. Oh, da ist ein Turret. Okay, ich habe sie erwischt. Oh. Ich habe den zweiten Schuss nur noch aus Angst abgefeuert. Meine Fresse, ey. Ist da jemand? Ah, das sind Kugeln. Kugeln nehme ich immer gerne. Brauche ich nämlich. Immer so ein bisschen reinladen. Da ist sonst niemand. Da liegt aber was. Sind zwar und dann am Ende mein Tape. Das gefällt mir doch. Da drücke ich doch mal auf Like. Okay. Some receivers believe the message but are unable to hear the source themselves. We have developed a mind tech called Clear Tape to aid in your receiving. Your subconscious mind has been eroded by dangerous addictive media. To win you from this addiction, we will trick your mind using its condition response to your advantage. Zack. Ja. Au. Fuck. Ich hab vergessen, nach rechts rüber zu gehen. Zack und dabei hatte ich sogar zwei Tapes. R. Ne. Z und dann R. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Oh. Da ist direkt eine Tourette-Syndrom. Zack. Tschüßen. Bringt mir das was da oben hoch zu gehen? Wahrscheinlich schon, weil dann geh ich jetzt erstmal hier unten. Ja. Da sind nämlich auch schon welche. Fuck. Habe ich dich jetzt endlich erwischt oder nicht? Bin mir nicht sicher genug. Jetzt aber. Ja. Okay. V. G. Z. Und R. Ich habe aber schon gesehen. Da müsste noch mindestens eine weitere Turret sein, glaube ich. Da noch irgendwas? Ne, anscheinend nicht. Erstmal hier überall G drücken. G gedrückt halten. Dann findet er schon irgendwas eventuell. Oder eben nicht, wenn nichts da ist. Niemand. 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 Okay. Hier. G. G. Nein. Nicht so aus. Gut. Gut. Hier irgendwas. Ja, ein paar Kügelchen. Und ein Tape. Nice. Okay. Fängt doch gar nicht so schlecht an. Ja. 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 Hier bin ich mal hoch. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Hm. Es könnte doch einfach darin liegen, dass man verrückt wird, to be honest. Das scheint keiner zu sein. Das ist gut. Das ist gut. Nee, da ist eine Turret. Lass mich nicht schon wieder verarschen. Ja. Stirb. She? Nee, danke. Ist da irgendwas drin noch? Da oben in dem Raum scheint auch eine zu sein. Ja, wusste ich doch. Habe ich doch gehört. Wie treffe ich die jetzt hier? So, nicht so gut. Aha. Gotcha. Bitch. Fortschritt. Wenn es auch nicht so viel ist. Ah, nein, nein, nein. Oh, Kelly, do Kelly. Aber hier liegt trotzdem nichts rum, was ich brauchen kann. Fek. Ich will dieses fucking Spiel einmal auch endlich durchhaben. Legit. Mich interessiert, was passiert, wenn man alle Tapes hat. Okay, hier kann ich rüberhüpfen, oder? Oh, nein. Doch, wenn dann eins bei da oben noch. Dann kann man hier nämlich auch noch reingehen. Ich glaube, da war ich noch nicht drin, oder? Ja, da war ich definitiv noch nicht drin. Ups. Das war verschielt. Das war auch verschielt. Bin ich blöd, oder was? Blind, blöd oder beides? Ja, okay, jetzt ist er wenigstens komplett tot. Das reicht mir auch. Ähm. Ich glaube, im Raum über uns. Erstmal hier wieder. G. Ein paar Zs drücken. R. Und dann sind wir wieder ready. Gucken wir mal. Hier. Vielleicht gäbe da noch ein Tape abzuholen, oder zwei. Okay, eins wäre schon gut, ehrlicherweise. Da vielleicht noch irgendwas. Ne. Hinten wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Okay, dead. Da irgendwas? Nein. Schade. Oh, da liegt was. Und zwar Kugeln und eine Taschennappe, immerhin. Ja, etwas wenigstens. Da liegt auch ansonsten nix. Okay. Gucken wir mal da rein. Da rein. Nix. Okay. Nun denn. Begeben wir uns weiter. Oh, das ist die falsche Richtung, wie ich gerade sehe anscheinend. Müssen wir nämlich nach unten gehen noch. Für. Sind wir da rüber gehüpft, oder nicht? Ich glaube nicht. Okay, jetzt vorsichtiger vorgehen. Gut. Okay. Keine Drohnen. Das ist gut. Das ist gut. Ich sehe blaues Licht. Ja, das ist der Turret. So wie sich das bewegt. Oh. Pum. Okay, sie ist tot. Gut. Gut, da oben bringt mir wahrscheinlich nicht besonders viel, wenn ich reingehe. Oh, da ist noch eine. Ah, okay, die habe ich nicht erwischt. Okay, jetzt habe ich sie erwischt. Jetzt gehe ich mal auf Nummer sicher und haue mir hier die ganzen Kugeln raus. Drücke G. Hau mal wieder Z rein und R. Ich habe das Gefühl, dieser Lauf ist ein bisschen besser. Auch wenn ich bisher nur ein Tape habe. Oh, Kugel. Danke. Die nehme ich gerne. Da sind noch mehr. Okay. Uh. Blaues Licht. Ja. Das bin mir schon klar. Gehen wir hier mal vorbei. Da liegt vielleicht noch was. Sieht nicht so aus, okay. Licht wieder vorbei. Uppala, ich sollte mich doch richtig treffen. Okay, jetzt habe ich aber richtig getroffen. So, nachdem wir nie wissen, wann die Drohnen kommen. V. G. Z. R. Oh. Nein. Unterlassen sie dies. Die ist blind. Ist gut. Die müsste jetzt auch blind sein. Ja. Weiter erblindet. Sehr gut. Sehr gut. Oh, nicht sehr gut. Sehr schlecht. Ja, stirb. Gut. E. V. G. Z. R. Auf. Aufi. Was ist das? Achso. Ah, hier sind wieder Wohnungen. Ich einzeln durchgehen kann. Ich höre schon irgendwo eine. Ich glaube da oben. Eine Turret. Da drin scheint keine zu sein. Interessanterweise. Ja, aber ein zweiter Oben ist eine drin. Oh, da waren Kugeln. Deswegen habe ich G gedrückt, ne? Kann immer irgendwas bringen. Muss nicht, aber kann, ne? Dann gucken wir doch mal. Ja. Ja, da sehe ich schon, dass da direkt eine Turret sein wird. Mhm. Eliminiert. Achso, das Blaue hielt dich erst für ein Ding. Drohne oder sowas. Ah ja, da ist auch einer. Sag ich doch. Pam. Gut. Eliminiert. Und tschüss. E. V. G. Z. R. So, und jetzt können wir da durch G. Hähn. Na, das ist aber auch nichts hier am rumliegen. Soweit. Hm. Nun denn. Oh, da sind ein paar Kugeln. Immerhin das. Und da liegen noch ein paar Kugeln zu. Gut, okay. Aber dann. Weiter voran. Gehen wir da weiter. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Oh, noch mehr. Wohnungen, wie mir scheint. Oh ja. Da ist auch schon direkt eine Turret. Habe ich dich? Ich glaube, ich habe dich. Ja, ich habe dich auch. Gut. Oh. Die waren anscheinend hier im Waschbecken. Ah, oben ist auch noch eine. Höre ich schon. Nein. Stirb. Okay. Ja, jetzt ist sie zumindest blind. Das reicht mir auch. Muss jetzt nicht direkt verändern. Drüben liegt noch was. Ah, es ist leider nur Kugel und, äh, Taschenlampe. Oh, da war noch ein Tape dabei, oder was? Wenn du diese Tape hörst, das bedeutet, dass du den Mindkill übernommen hast. Die vorherigen Töne, um diese Tape zu hören, würden sie in Blank gefunden haben. Aber jetzt hat es die sofortige Instruktionen über deinen schwierigen Weg nach vorne. Okay. Das ist der Zeit, den wir vorbereitet haben. Geh jetzt einen Moment, um deinen Feuerwehr zu finden. Hm. Mehr Atmung. Äh. V, G, Z, R. Okay. Gotcha. Bitch. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Diese fucking Drohnen, ne? Okay, die habe ich wirklich gekillt. E.V. Ich traue mich nicht. Ich traue gerade nichts. Und niemand. Zettel. R. G. Da ist auch noch null. Dingens. Ah, okay. Da ist nichts. Da liegt I. Gotcha. Ja, gotcha. Dann wieder G. Mehr G. Da ist sonst nichts anscheinend. Schade. Aber mei. So viele fucking Taschenlampen, ne? Da liegt nochmal eine. Ich brauche nicht so viele Taschenlampen. Ich brauche mehr Tapes, Mann. Ich brauche mehr Tapes. Moin. Und zwar bitte Fire Tapes. Need someone spitting fire. Straight fire. Oh, fuck. Das ist nicht, was ich brauche. VHG. VHG. Nein, falsch. Hast du gedrückt? E. Z. Ja. Das wird problematisch. Okay. Stirbst du jetzt auch mal? Okay. Danke. Da vorne sehe ich nämlich auch schon die nächsten. Okay. Okay. Da haben wir es schon. V. P brauche ich hier nicht mehr. Aber Z. Das ist Ärger. Okay. Okay. Gut. Zumindest sind einige Drohnen jetzt erstmal ausgeschaltet. Oh je da. Ich meine, man kann ja theoretisch da mal hochgehen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Nee, das... Das gehe ich nicht, weil ich da rüberspringen müsste. Das traue ich mir nicht. Guck mal lieber, was da so alles rumliegt. Alles, was ich mir noch aufsammeln kann, so. Hier drin. Das könnten auch wieder solche... Ja, das sind auch wieder Wohnhäuser. Und da ist ein Tape. Cool. Oh oh. Da renne ich mir auch eben... Das Tape lasse ich noch durchlaufen. Oh nein. Ja, das stimmt. Okay, aber an der Stelle beende ich dann das Let's Play. Okay, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und bis zum nächsten Mal. Halt rein, Leute. Tschüss.